Willkommen zu einer neuen Session von Harry Potter und der Feuerkelkisch ist jetzt wieder eine ganze Weile für mich her deswegen muss ich mich erst mal wieder rein finden die Herausforderung da hat man durch mit geendet Hogwarts-Kalender da war noch was offen soweit ich weiß ne ich dachte wir kriegen gerade da nur Info anscheinend nicht ich glaube eine Sache war dann offen aber ich weiß auch gar nicht wo die sein soll verbotener wald gucken wir uns da noch mal um ok nicht einsteigen wie ging denn das jetzt hallo genau Level Info Minischilde haben wir Drachenstatuen fehlen noch Entschwinde Kater und ein Pilz ich erinnere mich wir waren beim Drachen noch nicht ganz durch gewesen glaube ich mein Problem ist jetzt ein bisschen ich weiß nicht mehr in welche Richtung müssen ich glaube wir müssen zurückrennen ich glaube das war der Zauber ja ok aber wo sollen wir noch Drachenstatuen finden nö mit euch hab ich keine Lust zu spielen so jetzt sind wir hier genau und ich will noch weiter zurück ich glaub oh Orchideos 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 Orbit Wingardium Leviosa jetzt geht der Scheiße wieder los Toll ich steht mitten im Weg Leute ich glaub wir haben jetzt einen Durchgang äh Oh Orchideos äh Orchideos äh ok wieso war das noch daher gut da gehen wir am besten gleich noch mal war das immer wieder hier starten müssen der trägt ein bisschen ja ja so jetzt nur noch die hier dann sind wir auch bald wieder auf der arbeit der anderen kameraperspektive ach so jetzt kommen wir noch die anderen küche so ihr geht jetzt mal weg hier bitte das wort zu weit immer noch zu weit gibt es doch gar nicht wie ich diese dinge hasse ich glaube jetzt war ein guter treffer ich glaube die armino kommt gerade so klar so jetzt haben wir hier noch so ein ding bekommen ich glaube letztes mal sind wir verpflichtet auch so was ich glaube nicht also muss man doch dort entlang Ja. Einwandfrei. Hä? Ich verstehe immer diese Logik hier nicht. Hier, warum? Hier, war doch das Ziel immer da, willst du mich verarschen? Ja, jetzt natürlich noch viel weiter. Juhu! So, recht ging es, glaube ich, zum Drachenheim. Nein. Jetzt komme ich nicht mehr zurück, oder was? Geht doch. Was war hier? Ich glaube, jetzt sind wir tatsächlich ganz am Anfang. Ja, das sieht gut aus. Haben wir dahinter noch was? Oh, dich. Okay. Wo ist der Typ? Wo ist dahinten? Oh! 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 Oh, jetzt wollte ich mal gucken, wo die sind. Na gut, ich glaube, links ist da nicht weiter. Alter, was? Das war doch perfekt. Ich hasse diese Pflanzen. Ich hasse sie. Alter, ich krieg die Fiesel. Und du, dämlicher Satz. Oh, nee. Ciao. Ach, Mann, ey. Komm, wach, nah. Komm, wohn, hau ab. Endlich. Sie haben den Hornschwanz wieder eingefangen. So, da hinten haben wir nämlich noch ein Schild. Das war gleich ein Stück in die Welt. Vielleicht haben wir ihn noch irgendwo. Oh, what? What? Da mal Leute. Vereilt euch! Geh! Da bin ich da momentan nicht dran. Ja. Jetzt fehlt uns noch ein Pilz. Eine Drache-Tartou. So, das brauchen wir nicht freiräumen. Achtung! Was? Ah, er leckt mich doch. So, kommen wir jetzt von dort? Geht gut los. Wir brauchen uns noch anbocken, weil es geht so. Wie? Miss Pea, Miss Pea. Oh, moan. Und rannt schon! Acqua Erupto! Ingarium Liviosa! Der Mikulus! Axio! Hallo! Hallo! Wovor kommt das schon ausrecht? Ah! Der Mikulus! Alter, Alter! Aber das hat eine... Geburt! So! Folgenpause, Spitze, bedanke mich! Bis dann!